Ja, und verabschieden möchte ich mich bei Ihnen zumindest mal heute von der Pressekonferenz mit der Enthüllung unseres Objektes, der Begierde, Caravisio, die Zukunft des Caravallings, jeder, der einen Blick reinwerfen möchte, kann mir folgen und ihr könnt die Hühlen fallen lassen, aber ganz zahm bitte. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.